Hallo Freunde der guten Unterhaltung, ich bin hier mit Linus an Gartenwerk. Wir sind hier und wollen jetzt ein bisschen Kurven fahren und ich habe ein neues Motorrad. Nichts dazu sagen, das kommt weg. Und die Kratzer kommen auch weg. Das ist mein neues Motorrad. ZX6R 636C. Sagt mir sehr zu, finde ich toll. Mit Sportauspuff und Freiburg. Okay, Soundcheck. So, wir fahren jetzt heute Kurven für die Knieschleifen. Soll ich deinen Knieschleifer jetzt nehmen oder nicht? Nein. Dann sprühe ich halt keine Funken. Leute, wir waren gestern auch hier und dachten uns nichts Böses, bis sich der gute Wahldick einfach gemault hat. Das war nicht so nice. Kann ich euch gleich zeigen, die Kratzspuren. Aber ihm geht's gut. Er hat nichts. Sein Motorrad ging es nicht mehr so gut. Das hat schon was. Hier, hier sind die Kratzspuren. Aber ihm geht's nicht mehr gut. Dann ist das ein Kratzspuren. Und jetzt kommt noch mal. Und jetzt kommt jetzt vorbei. Alter, das hat sich echt mächtig angefühlt, ich will nicht mal lügen. Zeig noch mal. So, wenn ich den anhalten würde, ist es nicht so, weißt du. Ja, kann ich auf jeden Fall. Wieso sind jetzt so viele Pferde? Willst du uns gleich zeigen, wie man eigentlich den neuen Motorrad groß macht? Wir haben gerade einen neuen Motorrad groß erfunden. Habe ich nicht erfunden, der wurde uns gezeigt quasi. Das ist fucking legendary. Hau mal raus. Also wir wurden quasi gerade so begrüßt mit so einer fliegenden Hand. Also er hat... So richtig so hoch, ich kann die Finger gar nicht so weit. Ja, er hat irgendwie so... Dann dachte ich, wo wollen wir nicht einfach so machen? Das ist auf jeden Fall die beste Idee. Die Höhe der Karte! codedfung von oben an. Der Karte! Dann war der Karte! Das ist ohne Frage! So richtig? Genau das waren. Ich eresse, die Karte! Ich kann mich auf jeden Fall sagen. Ich kann mich auf jeden Fall sagen. hallo Freunde wir sind zurück wir sind jetzt an einer anderen Strecke und jetzt fahren wir hier ein bisschen an und da ist direkt eine gute junge Dame die uns sehr belächelt hat du fährst vor die Strecke kenne ich noch nicht ein Dreh Digga ich kann nicht leise du fährst vor die Strecke Outward hier kann man viel ehrenloser durchballern als durch Fenne irgendwie aber ich weiß nicht welche ich mehr mag Fenne ist die straße breiter das gefällt mir leiser blöd ich kann doch gar nicht oh lol er hat nichts gesagt nee langsam hat er mir nichts gesagt ich bin 60 gefahren weil wir Motorradler sind ne oh fuck jetzt bin ich durch Sand gefahren ach nee wow jetzt ist die frage was tun wir jetzt? ok Freunde dann beende ich das Video an der Stelle ich wünsche euch einen schönen Tag an dem es raus gekommen ist und lasst den Daumen nach oben wenn es euch gefallen hat und folgt klunzi auf Instagram haut rein und WOOOOOOO Untertitelung des ZDF, 2020